Musik Hi, ich bin der Dirk und heute wollen wir uns mal einen fertigen Ballen im Feld angucken. Das Herzstück einer jeden Quadrant ist der Knoter. Vor 100 Jahren haben wir im Hause Glas das erste Patent erteilt bekommen. Für unseren Einfach-Knoter. Auch heute entwickeln und produzieren wir unseren Knoter selber. In unserem Kompetenzzentrum für Pressen im französischen Metz. Und jetzt lasst uns mal zusammen einen Ballen angucken. Hi, ich bin Johanna und zusammen mit Dirk gucken wir uns den perfekten Ballen an. Hier sehen wir jetzt einen Ballen aus unserer Glas-Quadrant-Presse. Gebunden mit dem Quadotex 3400. Hier sehen wir einen unserer hochfest gebundenen Schlaufenknoten. Liegt der Ballen erstmal auf dem Futtertisch, wird das Band hinter dem Knoten aufgeschnitten. Und mit nur einem Finger zieht man das Band aus dem Ballen heraus, ohne dass ein zweiter Knoten bremst. Besonders zu erwähnen ist, dass wir keine störenden Garnreste auf dem Feld oder auf dem Ballen hinterlassen. 70 Zentimeter, die nicht in die Umwelt oder auf den Futterdruck gelangen. Dies wird ermöglicht, dank höchster Knoten- und Reißfestigkeit des Garns in Verbindung mit dem Glas-Schlaufenknoten. Glas-Garn ist die Garantie für hochfeste Ballen. Und darauf kommt es in der Praxis an. Denn dort wird der Ballen bis zu achtmal angestochen. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Ernte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017